Bevor ich wieder Eier in den Inkubator reinpacke und den damit eine Zeit lang belege, mache ich erstmal eine aktuellere Version von der Bauanleitung, da bei dem ersten Video doch ein paar Fragen aufgekommen sind. Ich benutze zwar als Inkubator eine Styroporbox, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr auch eine Styroporbox benutzen müsst. Von der Kommode bis zum Kühlschrank könnt ihr alles benutzen, was ihr wollt. Ihr müsst halt nur dafür sorgen, dass ihr es gut isoliert und deswegen nehmen halt die meisten Leute eine Styroporbox, weil es halt leicht und günstig ist. Wenn ihr auf der Suche nach irgendwelchen Ideen oder nach Seiten seid, wo selbstgebaute Inkubatoren vorgestellt werden, könnt ihr auf backyardchickens.com gehen. Das ist eine wirklich gute Seite, hat gutes Forum. Bevor ihr also den Inkubator baut, solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen und euch ein paar Ideen holen. Fangen wir mal an mit den Sachen, die ich benutzt habe für den Inkubator. Meine Styroporbox hat die Maße 61 auf 46 und auf 32 Zentimeter Höhe. Ich habe zwei Pringelspackungen als Fenster benutzt. Das ist Universal, der Muster hat OT200 von Konrad. Ein E27er Glühbirne mit 40 Watt. Eine E27er Lampenfassung mit Stromkabel. Ein Netzkabel mit Netzstecker. Eine Lüsterklemme. Ein 12V Ladegerät. Das könnt ihr von einem alten Handy zum Beispiel nehmen. Das müsste ein Output von 1000 mA haben. Zwei PC-Lüfter mit 0,14 mA. Meine haben Durchmesser von 8 cm. Vier Schrauben und Muttern für die Lüfter. Zwei Plastikbecher. 0,2 ml. Für die Luftfeuchtigkeit. Ein Gefrierschrankgitter, um die Eier drauf abzulegen. Ein Stück Volierendraht, um zu verhindern, dass die geschlüpften Küken dann auf die Seite von der Lampe kommen. Ein Thermometer und ein Hygrometer. Als Werkzeuge braucht ihr nur einen Schraubendreher, einen Messer und einen Seitenschneider. Und für die Verkabeln könnt ihr entweder einen Lötkolben benutzen oder einfach nur ein Isolierband. Kommen wir zur Bauanleitung. Ihr macht zuerst zwei Löcher in eine Seite der Box. Einmal eine für die Lampe und einmal eine für die Kabel. In das untere Loch steckt ihr die Lampenfassung und in das obere Loch kommen die Kabel, der Lüfter und des Thermostats. Um die Lüfterkabel überhaupt durchs Loch zu bekommen, müsst ihr erstmal die Widerhaken eindrücken und sie dann aus der Box nehmen. Dafür nehmt ihr am besten einen Schraubenzieher. Sobald ihr die Widerhaken eingedrückt habt und das Kabel durchs Loch gesteckt habt, könnt ihr die Widerhaken auch schon wieder nach draußen biegen. Ihr nehmt dann nur noch die vier Schrauben und befestigt die Lüfter dann in den beiden Ecken auf der Seite der Lampe. Es müsste dann ungefähr so aussehen. Und der nächste Schritt ist dann auch schon die Verkabelung des Lüfters. Als rechtlicher Hinweis, der Nachbau erfolgt komplett auf eigene Gefahr. Für Schäden, die während oder als Folge des Nachbaus oder des Betriebs entstehen, übernehme ich keinerlei Haftung. Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Sach- oder Personenschäden, sowie für die Richtigkeit der Anleitung, die ich hier gebe. Die Kabel sind zu keinem Zeitpunkt am Stromnetz angeschlossen. Und wenn ihr wirklich mangelnde Fachkenntnisse habt, sollt ihr lieber die Finger davon lassen. Ihr könnt das Haus abfackeln oder zu Tode kommen, wenn ihr hier irgendwelche Fehler macht. Also wenn ihr wirklich unsicher seid, lasst die Finger davon. Bei den Lüfterkabeln gibt es zwei unterschiedliche Seiten. Und zwar links die Female und rechts die Male-Seite. Das gleiche auch bei den Boxen. Links Female, rechts Male. Zur Verkabelung, ihr habt einmal auf der linken Seite die Male und einmal auf der rechten Seite die Female-Stecker. Ihr verbindet im Grunde nur gelb mit gelb und schwarz mit schwarz. Aus Sicherheitsgründen macht man das Ganze noch in die Box rein. Achtet darauf, dass ihr bei den Kabeln die Wiederhaken rausgemacht habt. Ihr nehmt jetzt die Female-Box und steckt in diese Female-Box die beiden Male-Kabel rein. Am besten macht ihr das mit einer Reihenfolge. Am besten macht ihr rot außen und schwarz innen. Dann nehmt ihr euch die Male-Box und steckt die Female-Kabel rein. Am besten wieder mit der gleichen Reihenfolge. Rot außen und schwarz innen. Ihr steckt dann beides nur noch zusammen und habt dann auf der rechten Seite zweimal Male und auf der linken Seite zweimal Female übrig. Jetzt nehmen wir das 12-Volt-Netzteil und schneiden den Stecker ab. Dann isolieren wir mit einem Messer die Adern ab und verdrillen die einzelnen Drähte miteinander. Das machen wir auf beiden Seiten. Wichtig ist, dass ihr nicht beide Kabel miteinander verdrillt, sondern nur die einzelnen Drähte jedes Kabels. Sollte ungefähr so aussehen. Wir gehen dann wieder zurück zu den Lüfterkabeln und schneiden die beiden linken Female-Stecker ab. Die isolieren wir dann noch ab. Die beiden abgeschnittenen Stecker dienen dann als Adapter für das Netzteil. Wir nehmen dann die beiden Stecker und löten diese an das Netzteil dran, also an die beiden Kabel und umwickeln das Ganze dann nochmal jeweils mit Isolierband. Ihr könnt es auch gleich mit Isolierband verkleben. Sieht dann ungefähr so aus. Wenn ihr es anders macht und das Netzteil direkt an den Lüfter verlötet, solltet ihr sicher gehen, dass es auch wirklich funktioniert. Die beiden übrigen Mail-Stecker kommen jetzt zurück in die Box und können dann mit Hilfe des Adapters, die wir gerade gemacht haben, über das Netzteil dann betrieben werden. Welche Kabel ihr jetzt genau miteinander verbindet, müsst ihr selber schauen. Auf dem Netzteilkabel sind Striche und das kennzeichnet das negative Kabel und das müsste eigentlich an das schwarze Kabel des Lüfters. Bei mir ist es aber das rote, also müsst ihr dann selber schauen, welches Kabel bei euch richtig ist. Die Lüfter dienen zur gleichmäßigen Verteilung der warmen Luft im Inkubator. Das könnt ihr euch so wie im Backofen vorstellen, die Umluft. Brauchen tut ihr die Lüfter eigentlich nicht. Die Eier müssen aber ohne Lüfter dann öfters untereinander getauscht werden, da sonst die vorderen Eier mehr Wärme abbekommen als die hinteren. Ohne Lüfter wäre der Inkubator ein Flächenbrüter, mit Lüfter ist es ein Motorbrüter. Kommen wir zur Verkabelung der Lampe. Wenn ihr an das Innere eurer Lampenfassung kommt, könnt ihr das Netzkabel direkt an die Fassung schrauben. Da das aber bei mir nicht möglich ist, muss ich mit Hilfe der Lüsterklemme beide Kabel miteinander verbinden. Das Ganze funktioniert wieder nach Farben sortiert. Man verbindet blau mit blau und braun mit braun. Und damit ist im Grunde schon das ganze Verkabeln geschafft. Der nächste Schritt ist die Eierauflage, mit der ihr ein herumrollende Eier im Inkubator verhindert. Dafür benutze ich das Gitter vom Gefrierschrank. Ihr könnt aber im Grunde benutzen, was ihr wollt. Ihr könnt die Eierkartons benutzen, indem die Eier geliefert wurden. Ihr könnt ein Stück Volierendraht zum Weg biegen. Das bleibt komplett euch überlassen. Zum späteren Schutz der Küken muss man aber noch verhindern, dass die Küken auf die Seite der Lampe und des Wasserbeckens gelangen, damit sie sich nicht verletzen. Dazu benutze ich dann ein Stück Volierendraht. Das befestige ich dann am Gitter. Wie genau ihr das macht, bleibt euch überlassen. Das waren jetzt nur ein paar Ideen. Wenn ihr mehr Ideen haben wollt, könnt ihr wieder auf backyardchickens.com gehen. Jetzt nehmen wir nur noch den Deckel und schneiden zwei Löcher rein, die etwas kleiner sind als die Pringelspackung. Wo ihr die Löcher anbringt, bleibt euch überlassen. Ich habe eins mittig über den Brutraum angebracht und eins etwas tiefer auf Höhe der Lampe, um den Wasserstand und die Luftfeuchtigkeit ablesen zu können. Die Pringelspackung kürzen wir und machen Löcher an den Deckel, um eine entweichende Luftfeuchtigkeit zu ermöglichen. Die Pringelspackung kommt jetzt nur noch in den Deckel rein und damit ist der Deckel auch schon fertig. Als letzten Schritt kommt jetzt das Thermostat, dessen Aufgabe ist es, die Temperatur im Inkubator zu regeln. Das Ganze funktioniert so, dass wenn die Temperatur unter 37,4 Grad fällt, dann schaltet er die Lampe ein und sobald die Temperatur von 37,6 Grad überschritten wird, wird die Lampe wieder ausgeschalten. Ihr könnt andere Thermostate benutzen. Ihr müsst jetzt nicht das UT200 benutzen. Es gehen sogar Heizungs- und Warmwasserthermostate. Wenn ihr in einem Raum mit konstanter Zimmertemperatur seid, zum Beispiel im Keller, könnt ihr auch komplett auf den Thermostat verzichten und einfach einen Dimmer oder eine Wärmedecke benutzen oder sogar einfach nur Löcher in die Box reinstechen, bis ihr die richtige Temperatur erreicht habt. Das Ganze ist dann aber dementsprechend anfällig und auch nicht so genau. Also ihr solltet schon das Geld in einen Thermostat investieren. Zur Sicherheit überprüfen wir die ganzen Kabel nochmal, vor allem das Lichtkabel. Wir gucken nach, ob die Farben stimmen. Blau, blau, braun, braun. Wenn das gegeben ist, gucken wir nochmal nach, ob auch wirklich nirgendwo ein blanker Draht zu sehen ist. Wenn das passt, nehmen wir das Stromkabel von einem Licht und stecken das in das Thermostat rein, nehmen dann das Thermostat und das Netzteil. Die beiden stecken wir dann in den Mehrfachstecker rein, schalten das Ganze an und wenn die Glühbirne leuchtet und auch beide Ventilatoren drehen, ist die Bauanleitung soweit fertig. Ihr habt einen fertigen Inkubator. Der nächste Schritt ist jetzt einen Probetag zu machen, indem wir versuchen, eine konstante Temperatur von 37,6 Grad hinzubekommen und eine konstante Luftfeuchtigkeit von ungefähr 60 Prozent. Wenn wir die Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent hinbekommen haben über eine längere Zeit, probieren wir die Luftfeuchtigkeit auf 80 Prozent zu erhöhen. Wenn wir das auch hingekriegt haben und es auch konstant läuft, können wir auch schon die Bruteier bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr immer auf den aktuellen Stand meiner Videos sein wollt, könnt ihr unten links meine Videos abonnieren. Auf der linken Seite habt ihr auch noch das nächste und vorherige Video dieser Reihe und auf der rechten Seite habt ihr Playliste über die Kükenaufzucht, die Aquaponik, die Kunstbrut und die Wachtelhaltung. Vielen Dank.